Bahnsteig 3 Regionalzug nach Dreiskirchen-Aßfangbahn fährt ein Bahnsteig 2 Regionalzug nach Dreiskirchen-Aßfangbahn fährt ein Bahnsteig 2 Regionalexpress nach Bschäßlaff über Baden und Liesing fährt ein Bahnsteig 2 S1 nach Lohensdorf und weiter nach Hilderndorf fährt ein Bahnsteig 3 S1 nach Lohensdorf und weiter nach Hilderndorf fährt ab Bahnsteig 11 S1 nach Hilderndorf fährt ab Bahnsteig 2 S1 nach Lohensdorf fährt ab Achtung Zugfahrt Bahnsteig 2 Kinder waren und andere Gegenstände in Gefährdung S1 nach Lohensdorf fährt ab